Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Erstellen von möglichst echten Avataren gehört nach wie vor zur Königsdisziplin der generativen künstlichen Intelligenz. Da trennt sich schnell Spreu von Weizen und es ist gar nicht so einfach, gute Ergebnisse zu erzielen, die dem Wunschbild auch nur halbwegs ähnlich sehen. Je nach Generator waren auch eine Menge Trainingsdurchläufe nötig. Jetzt gibt es seit einigen Tagen ein neues Tool, mit dem das sehr viel besser gehen soll. Inside Face. Damit können wir innerhalb von Midjourney nach belieben Gesichter austauschen. Geht übrigens auch mit normalen Fotos. Das Material muss nicht unbedingt von einer KI generiert worden sein. Ersetzt das jetzt eine aufwändige Photoshop-Retusche? Wir schauen uns das neue Tool mal ausführlich an. Wir haben Discord geöffnet und um loslegen zu können, müssen wir ein paar Vorbereitungen treffen. Die Vorbereitungen sind aber nicht weiter tragisch und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Als allererstes gehen wir auf das Plus-Symbol auf der linken Seite und fügen einen neuen Server hinzu. Selbst erstellen. Für mich und meine Freunde. Jetzt kann ich dem einen Namen geben. Ich nenne den mal Swapper. Könnt ihr ein Bild noch hochladen. Der jungfräuliche Discord-Server erscheint auf der linken Seite und ist natürlich noch komplett leer. Im nächsten Schritt müssen wir ihm einen Server hinzufügen. Dazu klicken wir auf den Midjourney-Bot. Das ist das Segelboot. Solltet ihr diese Seitenleiste nicht haben, dann klickt auf das Symbol Mitgliederliste. Jetzt wählen wir den Midjourney-Bot aus. Linke Maustaste und klicken dem Server hinzufügen. Und jetzt kann ich auswählen, zu welchem Server. Und dann nehmen wir natürlich unseren Swapper. Wir autorisieren das mit den Standardeinstellungen. Ich muss kurz bestätigen, dass ich ein Mensch bin. Wunderbar. Autorisiert und hinzugefügt. Und jetzt gehen wir zu dem Swapper wieder zurück und haben einen jungfräulichen Server, mit dem wir loslegen können. Im nächsten Schritt müssen wir Inside-Face autorisieren. Dazu fügen wir den Link ein, den ich unten in der Beschreibung habe. Dann klicke ich mit der linken Taste drauf und es erscheint folgender Dialog. Ich wähle wieder einen Server aus. Den Swapper autorisieren das Ganze. Ich muss nochmal kurz bestätigen, dass ich ein Mensch bin. Und ich erhalte die Bestätigung. Inside-Face-Swap ist auf den Server gehüpft. Sehr schön. Jetzt habe ich eine Reihe von neun Befehlen. Save-ID, Set-ID, List-ID. Und wir beginnen mit Save-ID. Jetzt werde ich aufgefordert, ein Bild hochzuladen und einen Namen zu vergeben. Wir klicken auf das Symbol, laden ein Bild hoch und vergeben jetzt einen Namen. Ich nenne den einfach mal Face. Die Namen dürfen bis zu 8 Zeichen lang sein und sollten keine Sonderzeichen haben. Ich bekomme die Bestätigung. ID-Name Face Created. Wir erstellen ein Ausgangsbild innerhalb von Mid-Journey mit den üblichen Kommandos. Imagine Superhero Looking at Camera. Und wie üblich erhalte ich vier verschiedene Bilder. Version 1 und 4 gefallen mir ganz gut. Da habe ich auf einmal sehr jugendliche Superheroes. Aber 1 und 4 gefallen mir gut. Und mit denen machen wir ein Upscaling. Das geht ja innerhalb von Mid-Journey super schnell, dass er quasi schon gerechnet ist. Und jetzt zeige ich euch den Weg Nummer 1, wie man ein Face-Pop durchführen kann. Wir machen einen Rechtsklick auf unser Bild. Und gehen auf den Menüpunkt Apps und dort auf In-Swapper. Und jetzt wird automatisch unser Bild, was wir vorher per Safe-ID gespeichert haben, genommen und wird reingefügt. Oh ja. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Probieren wir mal, was bei Nummer 2 passiert. In-Swapper. Gar nicht dumm. Hier ist unser Ausgangsbild. Der Kollege soll es sein. Und jetzt schauen wir uns mal eine etwas ausführlichere Methode an. Wir speichern noch ein paar weitere IDs. Safe-ID. Dann nehmen wir unseren bewährten Obama. Und noch ein Safe-ID. Dann nehme ich jetzt mal ein Bild von mir. Ich habe gelesen, dass Mid-Journey und Face-Swap Schwierigkeiten hat mit Brillengläsern. Aber schauen wir mal, was passiert. Gut. Und jetzt habe ich schon ein paar Bilder vorbereitet, die wir nehmen. Das Kommando von Weg 2 nennt sich Swap-ID. Wir laden unser Bild hoch und sagen Obama als ID. Wow. Die Charakteristik vom Bild ist gleich geblieben. Und das hat absolut die Züge von Barack Obama. Jetzt nehmen wir dasselbe Bild mit mir. Okay. Das war das Beispiel mit der Brille. Das haut nicht wirklich hin. Also Swap-ID hat tatsächlich Schwierigkeiten mit Bart, Gesichtsbehaarung und mit Brillengläsern. Da müsste ich ein anderes Bild von mir jetzt machen. Wollen wir nicht? Wir testen es aber nochmal mit einer anderen Geschichte. Mit unserem ersten Charakter mit Face. Und das kommt sehr gut hin. Gefällt mir. Zweites Beispiel. Auch das gefällt mir richtig gut. Top getroffen. Hier nehmen wir auch den Obama wieder. Ein sehr jugendlicher Obama. Die Hautfarbe ging auch ein bisschen verloren. Aber die Facial Features sind ganz klar erkennbar. Machen wir noch ein weiteres Beispiel. Wir nehmen das Porträt und fügen unser Face hinzu. Das Ergebnis überzeugt mich tatsächlich. Die Frisur ist geblieben, aber die Gesichtsfeatures wurden ersetzt. Es wurde auch der Bearbeitungsstil mit dem Ölgemälde beibehalten. Face Swap. Ein cooles Feature innerhalb von MidJourney. Wird es Photoshop-Retruschen ersetzen? Ich glaube nicht ganz, aber es wird sie zumindest erleichtern. Und man kommt schneller zu einem Layout oder sowas. Ich finde es ein absolut faszinierendes Tool. Spielt mal damit. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Wenn du jetzt Lust auf mehr bekommen hast, schau gerne mal bei der Wolf Films Academy vorbei. Dort findest du den ultimativen Online-Kurs für Filmemacher. Von mir gibt es dort eine ganze Menge Material und zum Beispiel die brandneuen Kurse AI Filmmaking und Streaming Pro. Ich verlinke das Ganze mal in der Beschreibung. Bis bald. Wir sehen uns. Wir sehen uns.